Hier kommt euer nächster Partyhit. Ich nenne ihn Supernova und es ist ein überbackener Partystern. Wie ihr den nachmachen könnt, verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich Willkommen! Für den Supernova Partystern benötigt ihr folgende Zutaten. Zwei Kräuterbaguettes fertig aus dem Kühlregal, zum Beispiel ein Landbaguette mit Gartenkräuterbutter, und ein Baguette mit geräucherter Paprikabutter. Drei Eier, 150 Gramm gekochten Schinken, ein Teelöffel Senf, 250 Gramm geriebenen Käse, nach eurer Wahl, Salz und Pfeffer und Ghee, das ist Butterschmalz, zum Braten. Die Baguettes werden an den vorgeschnittenen Stellen weiter in Scheiben geschnitten. Dann zerlasst ihr etwas Butterschmalz in einer heißen Pfanne und brate die Baguettescheiben auf einer Seite leicht an. Da nicht alle Baguettescheiben zusammen in die Pfanne passten, habe ich sie nach und nach angebraten. Dann werden die Baguettescheiben auf ein etwas zerknittertes Backpapier gesetzt. Zerknittert deswegen, damit die Unterseite der Baguettes nicht zu schnell verbrennt. Der gekochte Schinken wird in grobe Stücke zerschnitten und die Baguettescheiben werden damit belegt. So sieht das Ganze fertig aus und jetzt müssen die Scheiben nur noch in Sternenform gelegt werden. Und das sieht dann so aus. Nun werden die Eier mit dem Senf, Salz und Pfeffer verrührt und gut mit dem Käse vermengt. Im Übrigen das dritte Ei vergessen, das kam dann später noch dazu. Die Käse-Ei-Masse wird jetzt gleichmäßig auf die Baguettescheiben verteilt. Und dann werden sie im Backofen bei 180 Grad 15 bis 18 Minuten gebacken, bis sie goldgelb sind, so wie hier zu sehen. Im noch warmen Zustand kann der Stern dann schon mal auf eine Platte oder eine andere Unterlage, wo er zum Schluss dann drauf sein soll, gezogen werden. Und wenn er erkaltet ist, wird einfach das Backpapier weggezogen. Weitere Tipps und Rezepte für die Party könnt ihr hier oben in dieser Playlist sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.